ja das ist irgendwas beim Wasserfall wo auch Munition nein hier ist wohl nichts und wo ist der Rauch aber auch hat sich verpflichtet so wir weiter Prozent sie ist aus als würde zu kommen an kann die Handkannaden bei der Anstattung 3 sind irgendwie besser gemacht also besser im Sinne von so Prozent besser im Sinne von ja wie soll ich sagen bessere Handling und hier ist ein Schatz hätten wir übersehen Silvernes Inka Gefäß sieht irgendwie gefäßig nicht mein Fall und geht und gehen wir wieder auf also m m er trägt nach uns verabschiedet in der letzten ja ausbalancieren und dann sehen wir wieder Wohin müssen wir? Hä? Müssen wir hier? Hä? 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 Oh mein Gott. Die Linea... äh... Li... Lian. Ah, da ist ja unser... Flugzeugcrash... Dingsbums. Oh Mann. Ah, wir sind dann gekommen. Tja. Das sieht nicht gut aus. Wie kommen wir von dieser Insel wohl runter? Wissen wir nicht. Aber was passiert? Boah. Die haben mich nicht. Wir haben ihn. Ach, komm schon, Leck. Das tut morgen weh. So, tot! Ich muss um deiner von links hierher. Ich muss nachladen. Du bist tot. Na was? Stirb! Oh, das... Oh Mann. Oh Gott, komm schon. Die leckt meinen Sack. Gut nachgeladen. Gut nachgeladen. Und jetzt. Brrrr! Ich hab Angst, dass von der Seite helfen. Überlebt, Drake! Das schaffst du schon. Das schaffst du schon. Komm. Ey. Wie viel? Gut. Haben wir jetzt. Ja. Mission. Ähm. Das. Ach. Nein! Ach, komm schon. Geile Animationen am Schluss. Jetzt müssen wir wieder von vorne. Tja. Ihr habt mich gesehen. Lol. Doppel-Hashtag-YOLO. Boah. Jetzt bin... War ich einfach nicht vorsichtig. Boom. Alter. Wie ich kann... Oh Mann. Nicht so viel geschaut. Plötzlich ist ein... Alter! In Ordnung. Wir haben nur noch 15 Schüsse. Ich dachte jetzt... Wir sind so gut durchgekommen. Und dann geht's... Schau! Uhhh! Dreck meinen... dishesak-Wereich. Denk den das denn? Denk den den, den! Denk den, den. Okay. Gute. Ein auch weniger. Gime degen. Drei zu. Drei zu. fliege um so okay hier durch hat mich sehen wir müssen auf den aufpassen so passiert so was eigentlich immer von wirklich wegen diesen zwei gestorben gibt es noch jemand der mich nicht lieb hat sieht nicht so aus hallo ach komm schon leck nein es ist ein pump kann höchst Sieht nicht gut aus. Nein, sieht nicht gut aus. Ich weiß ja nicht. Soll ich sie nehmen? Ja, ich nehm. Ah, ja, ja. Nehmen wir mal. So, hier was. Was hat es hier? Gar nicht. Was ist du, Baby? Auch nicht. Ah, danke für die Munition. Ja, brennt es wieder mal. Gehen wir mal hoch. Ich sagte, gehen wir mal hoch. So, la 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 la. Gehen wir mal hoch. Und es ist sehr weit. Nach oben. So. Hoch. Okay. Okay. Oh nein. Elena. Ja, jetzt wissen wir, wo Elena ist. Und da kommen wieder ganz miese Typen. Gut. Erster Tod. Dann muss jetzt auch noch sterben. Gut. Tod. Nächster. Wie heißen Sie? Ja, Thomas. Ja, okay, Thomas. Jetzt bist du tot. Vier Schüsse brauchen wir. Was, es kommt wieder? Gut. Na, es ist ein Pumpkan. Was haben wir jetzt hier? Ja, komm, wir feiten, hä? Richtig. Angesicht zu Angesicht zu. Komm, noch mehr? Nein, ich glaube nicht. Oder? Nö. So, jedenfalls. Hol die Munition. Wieder Munition. Sonst hat es nichts. Ach, komm schon. Leck. Los geht's. Was? Die Baum überrumpelt mich. Wieso ist der hinter mir? Wieso? Nein! Ah, ich bin einfach zu kacke. Weit kommt ihr nicht. Ah, ich bin einfach zu kacke. Ich nehme lieber die AK-47. Ich wollte wieder 74 sagen. Ich weiß nicht, was mein scheiß Problem ist. Ah, schön aus. Ah, ich muss vorsichtig sein. Ähm, was war das? Fallen? Was? Ist das Fallen? Nein, ich weiß es. Halt durch, Elena. Elena ist dort, so. Ähm, wir wissen jetzt sicher der Wand entlang. Ja, das sieht man schon. So. Ich hüpfe runter und mach. Und bin wie ein Star. Oh, meine Reime sind heute wieder sehr gut. Das sieht man ja schon, äh, bei, also, wir haben jetzt, vorhin, als wir aufgenommen haben, äh, war es so, äh, Stray hat seine Audio-Datei auch aufnehmen müssen, konnte, also, irgendwie Camtasia hat gespunden und jetzt... Ach, um Himmels Willen! Ah, ich dachte, der... Äh, wieso war ich jetzt so still? Keine Ahnung, ich glaube... Oh, scheiße, ich esse mich... Deck dich doch mal! So. Ach, komm, ich stehe eigentlich. Äh, wow. Haben wir ihn? Ja, wir haben ihn getötet. Ach, komm. Der hat jetzt nicht so... So, wird's gut. Du solltest eigentlich schon lange tot sein, so. Ach, komm, komm, komm ruhig. Er hat überlebt. What the fuck? Er hat das überall verliebt. Ah, komm, 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 komm. Aha. Wieso überleben sie so viel der Schicksal? Keine Ahnung. Ah. Das ist ganz viele Fallen, das fühlt mir gar nicht. Alter wie langer Held, ah der ist tot, ah was willst du, knapp, da kommt der Nächste. Bis zum nächsten Mal.